In Jira hat sich etwas Spannendes getan. Die neueste Bearbeitungsfunktion in der Backlog-Ansicht von Scrum- oder Kanban-Projekten revolutioniert, wie wir mit Vorgängen umgehen. Stell dir vor, du könntest Änderungen an mehreren Vorgängen gleichzeitig durchführen und das alles mit nur ein paar Mausklicks. Beginnen wir in der Backlog-Ansicht. Bewege die Maus über den Vorgang, den du bearbeiten möchtest. Auf der linken Seite erscheint, wie aus dem Nichts, eine Auswahlbox. Mit einem Klick aktivierst du den Vorgang und siehe da, die Auswahlboxen der anderen Vorgänge werden sichtbar, sodass du deine Auswahl mühelos erweitern kannst. Möchtest du alle Vorgänge eines Sprints oder des gesamten Backlogs auswählen? Kein Problem! Aktiviere einfach die Auswahlbox neben dem Sprinttitel. Deine Auswahl kannst du jederzeit anpassen. Sobald mindestens ein Vorgang ausgewählt ist, zeigt dir ein Informationsbereich ganz oben, wie viele Vorgänge du ausgewählt hast. Dort findest du auch den Startknopf für die Bearbeitung. Ein Klick auf den Bearbeiten-Button öffnet das Bearbeitungspanel auf der rechten Seite. Hier sind bereits einige Felder sichtbar, die du bearbeiten kannst. Aber das ist noch nicht alles. Du hast die Möglichkeit, weitere Felder hinzuzufügen, ganz nach Bedarf. Jedes Feld bietet dir unterschiedliche Optionen. Du kannst neue Daten hinzufügen, bestehende ersetzen oder nicht mehr benötigte Informationen entfernen. Ziel ist es, die Bearbeitung deiner Vorgänge so individuell und effizient wie möglich zu gestalten. Mit einem Klick auf Weiter erhältst du eine Übersicht deiner Änderungen. Hier kannst du alles noch einmal überprüfen. Ein weiterer Klick auf Bestätigen führt die Änderungen durch. Je nach Anzahl der Änderungen kann dies einige Sekunden dauern, aber keine Sorge, deine Anpassungen sind direkt in der Backlog-Ansicht sichtbar und sofort Teil deines Projekts. Hast du die neuen Bearbeitungsfunktionen von Jira schon ausprobiert? Wir sind gespannt auf deine Erfahrungen. Hinterlasse uns doch einen Kommentar. Und wir sehen uns doch poisoning. Vielen Dank.